Sag mal, an unseren Deal kannst du dich aber noch daran erinnern, oder? Ja. Und? Was und? Hat sich auch erschlagen, oder was? Ich denke schon, ja. Ernsthaft jetzt? Ja? Dafür, dass ich dich gestern hier gerettet habe mit deinem... Du kannst dich jetzt wirklich nicht mehr an den Deal daran erinnern. Natürlich erinnere ich mich daran. Aber du hältst ihn auch nicht ein? Nein. Aha. Das Ding ist jetzt relativ klar, wer hier wen unterstützt. Philipp, Alex, Don, Melanie. Fehler macht jeder. Hey wirklich, du bist so rotzfrech. Echt. Charakterschwach ist das, was du gerade machst. Wirklich. Ganz charakterlos. Und noch rotzfrech. Ja. Wir haben dich hier drinnen gehalten und nicht mal an unseren Deal erinnerst du dich. Du hast die Hand drauf gegeben. Den Deal nicht einzuhalten, nämlich von Alex, war nicht intelligent, sondern war einfach nur feige. Ich hoffe, mein Sohn wird mal nicht so ein Charakterschwein wie du. Hatte ich recht. Da ist nur eine gelbe Masse in dem Hirn. Mehr ist da nicht drinnen. Weil alles andere in die Muskeln gerutscht. Das Grab haben wir uns selbst geschaufelt, könnte man so sagen. Und man sagt, das hat das Effekt. Man sagt, das hat das Effekt. Man sagt, das hat das Effekt.